Musik Das ist immerhin gut. Da fliegen wir sicher über die Refor. Ja, genau. Ganz schön. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Da unten ist er frisch. Bitte noch weiter. Noch nicht. Ich bin gut. Das ist bei mir. Ich bin ja eh da schon. Ja, ich bin ja eh da, ja. Da hätten wir jetzt schon vorher Platz auch schon können. Da wäre es für dich sein. Ja. Ja. Hallo Mama. Jetzt wüsste ich mir diese Gäste noch machen. Die sind noch schwierig. Ich glaube. Die sind noch von mir da. Ja. Ja. Ich habe gesagt, es ist eine Bahn, wir haben sie ja sehen. Ja. 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 Ich glaube, er steht da angelehnt und redet mit einem. Ja, okay. Und? Schaut ihr aus? Nicht so schön wie du. Nein, das ist so gut. Nein, nein. Nein, nein. Es ist ein Rundfunk, das ist ein Rundfunk, das ist ein Rundfunk, es ist ein Rundfunk. Ist das alles schon so leicht? Achst nicht. Ja auch. Da kann man nichts schreiben. Da kann man so machen. Achso, ja. Ich finde das eigentlich auch so. Wobei man es wackelt, heucht er dann nach der Nase. Das ist dann so schön. Guten Morgen. Guten Morgen. Welcome to Liliana Airport. Please remain seated. Till die Fasci-Bell signs have been switched off. Once more be careful you open your reluctance items may have shifted and good fallout. You may now switch on the mobile services of your phone again. We'd like to say goodbye to you now behalf KLM and this entire crew thank you for flying with us. We wish you a welcome home for a good onward journey to your final destination and look forward to seeing you board again soon. Have a good afternoon, thank you and bye bye. Thank you. My name is Gele Manning. I'm out of sight from you. We wish you a good stay here. Welcome home to you, wellicht. For a good time to go to your final destination. We'll see you again soon. We'll see you again soon. Go to the next channel. Bye. 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 Vielen Dank.